Moin Moin, Miro hier. Der Fargo hat mich getaggt. Ich soll einen Zelthering mit meiner Offhand schnitzen. Das habe ich eben gerade schon gemacht. Ihr könnt euch gleich die Bilder der Serie angucken. Falsche Kamera-Funktion. Ich mache es einfach nochmal. Auch wenn er schon fertig ist. Ein wenig kürzer. Also Grobmotorik funktioniert. Feinmotorik geht so. Jetzt mache ich die Notch auf der anderen Seite etwas höher. Jetzt rüber. Ich komme mit dem Auto rein. Nein, nein. Ja. Bei dir? Ja. Genau. Genau. Vielen Dank. hat ganz gut geklappt das ist der neue jetzt einmal ohne das mit der rechten hand zu führen das war ja ein bisschen geschummel so Nicht den Daumen benutzen. Ja, auch das der Tagwegs funktioniert. War gar nicht so schwer wie ich es gedacht habe. Also, zwei Zeltheringe, die ich auch brauche, denn ich will das noch ein bisschen ausbauen. Ich hänge dann gleich noch mal rein, wenn ich Tecke. Ich hänge dann gleich noch mal rein. Ich schicke Lou. Untertitelung des ZDF, 2020